Hallo! 7 Uhr. Theoretisch, gibt es Leute, die können jetzt aufstecken. Andere Leute bleiben im Bett liegen. Steh aus und schweinen! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Moment mal, ich kann das mit der Hand irgendwie nicht so. Kaffee! Dalmeier Prodomo. Was ganz Feines. Eigentlich nicht. Ja, wo ist denn die Armut? Ja, und dann geht er zu den Pennern. Dann hat es mal einen Euro. Ich hasse diesen Staat. Aber hat es hier nämlich trotzdem. Ja. Genau. Oh, guten Job.